In diesem Video siehst du wie das Push Up Pralette Variante Nummer 1 genäht wird. Ihr habt dafür eine wunderschöne unelastische Spitze verwendet. Die hat auf der Oberfläche über die ganze Spitze einen wunderschönen Regenbogen-Glitzerglanz drauf und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim entstehen des Pralettes. Bevor es gleich los geht zu diesem Pralette gibt es ein Schnittmuster inklusive einem ausführlichen Videokurs. Sollte es Tessunen aber ganz neu für dich sein, kann ich dir auf alle Fälle auch unseren Online-Kurs Tessunen für Anfänge empfehlen. Du findest alles in unserem Mitgliederbereich auf MeinSider Plus. Im ersten Arbeitsschritt wird die Teilungsnaht im Laminat geschlossen und anschließend der Abnäher im Oberstoff. Den Oberstoff aufs Laminatkapp legen und am Arm und Dekolleté eine Gummispitze aufnehmen. Im Unterbau die Seitennaht schließen und die Cups einnähen. Wenn dir dieses Video bisher gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für noch mehr Videos dieser Art. Den Unterbrustgummi aufnähen und anschließend kann auch schon der Verschluss aufgenäht werden. Den Träger am Kapp und am Rückteil annähen und das Pralette zum Schluss nach Belieben verziehen. Nähere Infos zum Schnittmuster und auch zu unserem Videokurs Tessunen für Anfänge findest du unterhalb des Videos verlinkt. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao.